Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Frachtzwerg on Tour für die EVCG. Im Eurotruck Simulator 2 fahre ich hier gerade meine Tournummer 642 ursprünglich von Italien, Rom nach Flensburg. Mittlerweile haben wir aber Italien schon verlassen und ich denke mal mein nächster Stop wird dann irgendwo so langsam doch mal an einer Raststätte sein. Obwohl 2 Stunden 19, dann können wir auch die übernächste Raststätte noch nehmen, das sollte noch hinhauen hoffe ich mal. Ja wie gesagt, dann nachher an der Raststätte mal kurz tanken müsste ich glaube ich auch mal mittlerweile so ein bisschen was und dann mal ein Röntgen schlafen. Ansonsten, ja was soll ich sagen, noch etwa so über 1000 Kilometer bis wir dann in Flensburg unsere 22 Stunden Textilien bei Bayer abliefern können. Jo, aber lange Tour, aber ich denke mal, das wird sich schlussendlich dann doch auszahlen. Und wie gesagt, bei dem ganzen ETS2 Multiplayer in letzter Zeit ist es mal wieder eine schöne Abwechslung, mal eine etwas längere Tour im Singleplayer zu fahren auf der DSM App. Ah, da oben ein schönes Schloss. Schloss, Burg, whatever. Jo, hier ist so langsam auch schon Deutschland in Sicht, sag ich mal. München ist schon ausgeschildert. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier an dem Paribu LKW vorbeikommen. Ich würde überhaupt mal die ganze LKW-Kolonne hier überholen, die hier mit vorschriftsgemäßen 80 fahren. Gut, ähm, ich fahre hier mit 90, aber dann ist bei mir auch Feierabend. Und sehen drüber auf der Autobahn ist noch ein Toleranzbereich, sag ich mir. Weil ansonsten, wenn ich hinter denen herfahre, dann kann ich nämlich noch nicht mal 80 fahren, sondern dann muss ich irgendwie mit 76, 77 hinterherkriechen. So, mal eben schauen, eine Stunde 26, wow, dann nehmen wir doch die Tankstelle jetzt hier. Also, einmal abbiegen bitte. Oh, so wie das hier aussieht, ist das auch gleichzeitig der Grenzübergang zu Deutschland. Mal schauen, was wir jetzt für Spritpreise haben. Oh, 1,36, das geht noch halbwegs. Ja, er fängt schon an zu gähnen. Du kommst gleich zum Schlafen, alles gut, nur mal eben voll tanken. Oh, 800 Euro, gut. Wir haben gerade noch einen kleinen Rundumblick hier. Einmal schön rundum gucken. Gut. Und weiter geht's. Nicht allzu weit, sondern nur ein paar Meter weiter. Und wieder rüber auf den Rastplatz. Bremse rein, Motor aus, Licht aus und einmal schlafen bitte. So, wieder aufgewacht, haben wir es relativ doos da. Viertel vor eins nachts. Also, Licht an. Und Attacke, ab auf die Straße, weiter geht's. Mittlerweile zurück in Deutschland, aber am südlichsten Zipfel von Deutschland. Aber um diese Uhrzeit dürfte eigentlich relativ wenig los sein auf der Straße. Machen wir mal ein bisschen Licht. Oh, was haben wir da? Okay, hier geht's jetzt in Richtung München-Nürnberg. Also, einmal Spurwechsel. Einmal Licht bitte, damit ich ja sehe, wo's hier hingeht. Ich wollte doch gerade schon sagen, irgendwas fehlt da noch. Mein Spiegel oben rechts. Jetzt wieder Tempomat rein, beschleunigen lassen das Viech und ab dafür. Ja, wie gesagt, berghoch hat er etwas zum Kämpfen, auf Touren zu kommen. Aber ansonsten eigentlich alles gut soweit. Ja, ich will dauter. Also, ich will da, plane, das ist zuescauen. Wie gesagt, mittlerweile zurück in Deutschland. Noch knapp unter 900 km, also gehts jetzt einmal quer durch Deutschland, vom Süden in den hohen Norden nach Flensburg hoch. Mein guter DAF hatte jetzt knapp 30.000 km auf der Uhr, also noch nicht mal richtig eingefahren bisher. Dann haben wir also summa summarum auch noch gut 20.000 km Luft bis zur ersten Inspektion. Wie fragen sich jetzt wahrscheinlich, fragt sich der ein oder andere, äh, Inspektion, wieso repariert der nicht einfach zwischendurch? Ja, ganz einfach, das sind halt so, äh, in der virtuellen Spedition, wo ich hier für unterwegs bin, die, äh, Vorgaben. Inspektionsintervalle 50.000 km und zwischendurch reparieren nur, wenn, äh, bestimmte Vorgaben erfüllt sind. Also quasi nur so eine Art, ja, ich sage mal, Notfallreparaturen, wenn, äh, das Fahrzeug so beschädigt wurde durch einen Crash, dass er halt, was weiß ich, äh, Motoraussetzer hat, ähm, dass, äh, das Getriebe auf einmal nur noch elf statt zwölf Gänge hat. Oder halt, dass die Reifen, äh, extrem abgenutzt sind. Sprich, irgendwo so zwischen, äh, ich glaube, 15 bis 20% waren es liegen. Wobei, bis 20% kann man die Reifen auch ohne Problem fahren, da, äh, passiert nix. Von daher. Alles gut. So, wo sind wir jetzt hier? Was sagt das Schild? Irgendwas mit Hopfenland. Na, den Kollegen hier, den überholen wir jetzt mal. Na, hier haben wir eine kleine, süße Tankstelle. Die großen finde ich persönlich eigentlich besser, beziehungsweise realistischer an der Autobahn. Die kleinen gehören für mich eigentlich eher so an die Landstraße. Aber man kann ja nicht nur so riesen Tankstellen verbauen. Ja, wenn ich meine Schadensanzeige da oben so sehe, dann, äh, kann ich wahrscheinlich in Flensburg dann mal nen Satz neue Reifen aufziehen. Dann sind die bestimmt so bei 20%. Ja, hier berghoch hat er wieder ein bisschen zu ackern. Aber es macht ja auch Sinn. Weil es ist ja immer noch ein Simulator. Ah, da kommt ein Wohnmobil an uns vorbei geflogen. Ja, was ist jetzt mit dir hier vorne? Erst überholen und dann nicht mehr aus dem Qualen kommen oder was? Na, egal, wir müssen eh auf die Mittelspur, da wir weiter geradeaus müssen. Gut, ja, knapp, ach nee, nicht knapp, sondern genau 741 Kilometer noch bis nach Flensburg. Oh, jetzt sind es nur noch 740 Kilometer. Und damit, äh, verabschiede ich mich erstmal hier. Bis zur nächsten Folge bei Frachtzwerg on Tour für die EVCG. Also, macht's gut und bis dann, äh, ciao!